jo leute was geht und willkommen zu einem weiteren video hier auf dem focus lang kanal ich bin heute nicht alleine hier denn ich habe einen besonderen gast heute mal und zwar vom vf voice book ist salzer mit am start hallo was geht ab genau bist du auch nicht das erste mal hier auf dem kanal letztes jahr haben wir auch schon wieder zusammen aufgenommen ich glaube das war ein pro gang pro video einfach nur heute machen wir eine andere challenge und zwar heute die elf keeper challenge das heißt wir treten beide gleich nur mit einem team gegeneinander an und er denken dass wir ganz witzig ich bin gespannt wie viel fällt wir sehen werden bevor wir ins spiel reingehen zeige ich euch noch mal eben kurz mein team so sieht das aus gleich sehen wir noch mal seit das team ja will man oder kann man auch glaube ich nicht so viel erwarten ich würde sagen wir gehen ein ins geld so sehen wir das team hier von salzor ja sieht glaube ich relativ ähnlich aus nach castels haben auf jeden fall beider am start ein wo ist burger hier ja die ja schön bundesliga teute in der offensiv ich habe gehört hier haben alle ganz guten abschluss und eine defensive franzo italiener und natürlich die engländer engländer holzen alles um und die italiener haben machen karte nachos der plan so geil ich glaube du mit die liga spielen würde ist kein unterschied das ist halt ehrlich so ist halt echt so ne also rein von der reaktion her auf jeden fall die bewegungen sind schon geil ja ab geht's kastelt war ein bisschen optimistisch ja das war ein bisschen ein bisschen das alles egal ob du machst das kathleten mit kastelskantor also was fand das an tor du cheater die kombination sitzen ja dass die jungen kuhn was der vorlage es war nicht mal der torwart er hat daneben geschossen doch an das aber dran oder okay ich dachte schon das ist ja ein skandal gewesen alter mein pfandasa macht die ecke oder verschätzt sich der außenverteidiger ganz am langen pfosten trapp trapp junge du bewegst ein torwart ja das ist gesagt dass du den spiel willst ja nice keine chancen so gefühlt er doch ein zwei chancen gab es war aber glaube ich auch zu erwarten reise in den raum nein warum zieht er die mitte grün trapp junge er ist mein mann sogar recht zu so was macht er direkt abnahme halt ne ja ist besser an fifa 19 kastels gegen kastels eigentlich müssten die mal hier für mich schön spielen wo wurde kommt doch nette selbst mit gegenpressing unglaublich abfahrt kastels gegen kastels er kann keine ballrolle also richtige kleinlichkeiten ist so unterschiede machen redet da sehr konzentriert man du guck mal zum gut jetzt aber ja ja wenigstens ich bin so lieb dass mich auch nie fallen die kennen so wie eine schweiler hätte oder so haben jetzt mal eine flanke wieder blockt ab eine warte das muss man das machen mit dem flanken hat jetzt geblockt ab weiß anders akka hat er keine schade mann ich wollte ihn schön rein drehen Das wird gefährlich, das wird gefährlich. Oh, fair man! Kommt, Jungs. Ja, Radetzky, wichtig, wichtig. Das wird so, das wird die Chance. Nein! Ja, das Lack ist auf meiner Seite. Ja, ja, ja. Oh, fair man! Der Fangs nach Kastels gegen Kastels, das ist halt unfair. Ey! Schön umtreten ist uns wichtig. Oh! Muddelmuddel! Oh! Oh! Ey, passt so spät! Abseits, oder? Abseits, oder? Ja, ja, ja. Ja, weil er so spielt. Passt! Ich schick den dann immer. Aber der läuft nie mit vor. Ich verstehe gar nicht, wieso. Yo! Krabbe ist mittlerweile auch eine Schwachstelle geworden. Krabbe und Fairmann. Das sind alle Schwachstelle geworden, mittlerweile ohne Ausdauer. Fairmann. Gute Grätsche. Oh! Oh! Fairmann, lack dich durch! Nein! Nein! Du hast doch den Buddy! Nein, nein, nein. Hör mal auf. Oh! Weiter! Da fehlt der Ronaldo in der Mitte. Haha! Oh! Guck mal wie ein Ballstiebitt! Nein! Oh mein Gott! Es war so knapp! Gut verteidigt! Aber jetzt hier 90. Faktisch! Nein! Die sind nervös, die sind nervös. Abseits! Nein! Let's go! 90. Gar kein Hype oder so. Kevin Trap! Let's go! Anschluss halb! Einen habe ich noch. Paul! Nichts. Oh! Der wird reingeschlagen. Oh nein! Vor allem du mit deiner Freistoß-Taktik. Der wird reingeschlagen. Hör mal. Scheiße! Thandasa! Wo ist der Größte? Ja, sehr gut. Scheiße! Und weg damit! Geht der? Nee, ist zu kurz, ne? Komm zurück! In Zeitlupe. Jerry? 94. Ich wollte es mal so gesagt haben. Komm zurück! Ja, Jerry, was ist denn mit dir? Komm zurück! Reiß! Das ist vorbei. Souveräne einzelne Sieg hier. Ganz easy. Gar nicht mit dem 90. Hype hier den Sieg genutzt. Ey, der Kopfball! B für das 90. Tor 90. Das tut weh. Das tut echt weh. Mit dem Kopfball. Ja, war aber auf jeden Fall mal was anderes. War nice. Hat auch Bock gemacht. Ich muss aber sagen, viel schlechter als jetzt irgendwie Silberspieler oder Bronzespieler haben sie sich jetzt auch nicht spielen lassen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ansonsten, Jungs, schaut gerne bei Salzer vorbei. Hat natürlich auch den eigenen YouTube-Kanal. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Regelmäßig Videos. Pack Openings zum Beispiel. Wie ich gehört, kommt glaube ich jetzt nächstes. Ja, Weekend League etc. Genau. Schaut da gerne auf jeden Fall vorbei. Das soll es erstmal mit dem Video hier gewesen sein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Challenges gefallen und ihr Bock auf weitere so Challenges habt. Ansonsten gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus. Das letzte Gebot gehört jetzt hier nochmal dem Gast. Macht's gut weiter. Torwart Challenge. Leider verloren. Verteidiger Challenge wird nächstes Mal gewonnen. Auf geht's. Auf geht's. Haut rein Jungs. Ciao.